Die 7 besten Methoden, Haare von Kleidung zu entfernen Ich habe mir den Ace to Ace Tierhaarentferner Fusselrolle gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es ist einfach zu bedienen und entfernt Tierhaare schnell und effizient. Es ist auch wiederverwendbar und kann für verschiedene Oberflächen verwendet werden, wie zum Beispiel Sofa, Bett, Teppich und Kratzbaum. Ich kann es jedem empfehlen, der ein gutes Produkt sucht, um Tierhaare zu entfernen. Es ist sehr hilfreich und ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe mir die Blupit RolloTollo 2.0 selbstreinigende Fusselrolle gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es ist ein sehr effizienter Tierhaarentferner, der meinem Sofa, Bett und Möbeln ein makelloses Aussehen verleiht. Es ist sehr einfach zu bedienen und erledigt seine Arbeit schnell und effizient. Es ist auch sehr langlebig und kann über einen langen Zeitraum verwendet werden. Ich empfehle es jedem, der einen Tierhaarentferner sucht. Ich habe den Wabasoo 330 Blätter Extra Klebrig Fusselroller mit zwei Ersatzrollen gekauft und ich bin begeistert. Sie sind sehr einfach zu bedienen und haben eine lange Lebensdauer. Sie entfernen schnell und effizient Tierhaare, Katzenhaare, Hundehaare, Staub und Fusseln. Ich benutze sie auf meiner Kleidung, meinem Sofa, meinem Bett und Teppichen und sie funktionieren wirklich gut. Ich empfehle sie jedem, der nach einer einfachen und effizienten Lösung sucht, um Tierhaare, Staub und Fusseln zu entfernen. Ich habe den Löwenkönig Rolli 2.0 Fusselrolle XXL Tierhaarentferner gekauft, um mein Zuhause von Haustierhaaren zu befreien. Es ist ein sehr nützliches Produkt, das die Entfernung von Tierhaaren von Couch, Bett und Möbeln erleichtert. Es ist eine großartige Fusselbürste, die perfekt für Hunde und Katzenhaare geeignet ist. Es ist auch ein sehr gutes Katzenzubehör. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf und kann es jedem empfehlen, der ein ähnliches Problem hat. Ich habe den Nice Cool Fusselrasierer gekauft und bin sehr zufrieden. Er ist leicht und kompakt und passt daher perfekt in meine Reisetasche. Der Fusselrasierer funktioniert sehr gut und entfernt Fusseln von allen Arten von Stoffen. Ich benutze ihn hauptsächlich für meine Kleidung, aber er funktioniert auch bei Teppichen, Möbeln, Hunde- und Katzenhaaren. Er ist auch sehr einfach zu reinigen und zu wiederverwenden. Ich kann den Nice Cool Fusselrasierer jedem empfehlen, der ein gutes und zuverlässiges Produkt sucht. Ich habe mir dieses Tierhaarentferner Waschmaschine 8 Stück Set gekauft und bin begeistert. Es ist einfach zu bedienen und funktioniert wirklich gut. Ich habe es in meiner Waschmaschine und im Trockner verwendet und es hat alle Tierhaare entfernt. Es ist auch sehr langlebig, da es wiederverwendbar ist. Ich empfehle es jedem, der eine einfache und effektive Möglichkeit sucht, Tierhaare zu entfernen. Es ist ein großartiges Produkt und ich würde es jedem empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Fusselrolle Extra Klebrig 540 Blatt Tierhaarentferner Fusselroller. Es ist ein sehr nützliches Produkt, das mein Leben viel einfacher gemacht hat. Es ist sehr einfach zu bedienen und funktioniert wirklich gut, um Tierhaare, Katzenhaare, Hundehaare, Staub und Fussel von meinen Möbeln, meinem Bett und meinem Autositz zu entfernen. Ich habe sechs Rollen mit zwei Abrollern erhalten und sie sind sehr langlebig. Ich empfehle es jedem, der ein solches Produkt benötigt. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.